Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Taro. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir das Taro mal fragen möchten, warum dieser Rückzug? Warum dieses Schweigen? Wie sind die Gefühle deines Gegenübers für dich? Wie fühlt er gerade oder sie gerade? Was ist gerade so in der Situation los? Warum haben wir keine Kommunikation bis nur ganz wenig Kommunikation? Du hast heute zwei Optionen. Option Nummer eins, der Engel. Option Nummer zwei, das Herz. Die Pyramide ist das Orakel, was wir am Schluss bei beiden Optionen anwenden werden. Mal schauen, was die Engel dir an diesem Tage zusätzlich noch raten wollen. Lass bitte die Energien auf dich wirken. Wähle ganz in Ruhe. Du weißt ja, dass wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist das gar nicht mal so schlimm, weil wir haben oftmals beim Taro einfach, dass in verschiedensten Stapeln eine gewündete Nachricht für einen dabei ist und deswegen solltest du dich nicht entscheiden können. Ja, mach dir keinen Stress. Wirklich, schau das Video bis komplett zu Ende durch und wie gesagt, mal schauen, welcher Engel, was das Orakel dir zusätzlich noch auf den Weg geben möchte. Okay, währenddessen fange ich schon mal an. Die lege ich mal nicht ganz so weit weg, weil die brauchen wir gleich sofort. Wir fangen an mit dem Engel. Option Nummer eins, der Engel. Ich bitte dich, konzentriere dich auf dich. Konzentriere dich auf dein Gegenüber. Wenn du es schaffst, dein Gegenüber zu visualisieren, dein Herzensmenschen, dein Wunschpartner, dein Partner, was auch immer, okay, du als deinen Partner oder zukünftigen Partner definierst, konzentriere dich. Egal, ob du in einer Dreiecksbeziehung bist oder nicht. Leute, denkt dran, passt es bitte immer auf eure jeweilige Situation an, auch vor allen Dingen auf euer Geschlecht, okay? Wir konzentrieren uns. Wie sind die Gefühle deines Gegenübers, deines Herzensmenschen? Das Taro ist noch nicht ganz bereit. Lass mich nochmal ganz kurz die Energie laden. Das Taro ist noch nicht ganz bereit, weil ich merke eine große Unruhe in dir, eine Blockade in dir. Ja, du verschließt dich ein bisschen. Bleib ganz locker, bitte entspann dich. Es ist nichts Schlimmes. Ja, je ruhiger du bist, umso eher kann ich die Energien kanalisieren. Dankeschön. Okay, wie sind die Gefühle deines Gegenübers? Schaut mal, auf der einen Seite haben wir hier einen Menschen, der das Leben sehr liebt. Guck mal, wie schön. Ja, wir haben hier auf der einen Seite einen Menschen, der das Leben wirklich sehr, sehr liebt. Ja, der auch tiefe Gefühle für dich hat, der spürt, dass er mit dir wirklich eine ganz tolle Verbindung hat, eine tolle Konnektion. Aber irgendwas in ihm lässt ihn ganz viel Schmerzen erleiden. Schaut mal, Leute, es ist so klar wie die Sonne. Ja, wir haben hier die Gefühle zu dir, dieses, wenn er an dich denkt oder wenn sie an dich denkt, ja. Ja, derjenige denkt mit Liebe an dich, mit Freude an dich, an tolle Momente, die man vielleicht gelebt hat oder tolle Momente, die man geplant hat, aber noch nicht passiert sind. Und gleichzeitig kommt dieser abgrundtiefe Schmerz. Das ist mit der größte Schmerz, den wir beim Tarot haben, ja. Diese absolute Liebeskummer, diese Unentschlossenheit, Zerrissenheit. Zu wissen, man muss was komplett Neues anfangen. Schlaflose Nächte, Depressionen, ja, totale Erschöpfung. Warum ist dieses Stillschweigen? Und das Stillschweigen ist einfach, weil der Mensch, um den es hier geht, wirklich zerrissen ist. Auf der einen Seite können wir hier von Familie reden, dass der Mensch wirklich in einer festen Partnerschaft ist. Auf der anderen Seite haben wir hier aber auch eigene Konflikte, ja. Das heißt, dass dieser Mensch zwar Gefühle hat, aber diese rationale, mentale Seite in dieser Person so stark ist, dass obwohl der Wille seinerseits so groß ist, dich zu sehen, dich zu fühlen, dich zu riechen, ja. Weil letztendlich hat derjenige ganz tiefe Gefühle für dich. Du bist die Sinnlichkeit, die Liebe seines Lebens oder ihres Lebens. Und die Person merkt, wie wertvoll du eigentlich bist. Aber was geht in ihr oder ihm vor? Die Versuchung, Nein zu sagen. Die Versuchung, Ja zu sagen. Hier gibt es ganz viele Lügen. Es gibt hier Geheimnisse. Es gibt hier Unsicherheiten. Es gibt hier Konflikte aus der Vergangenheit. Schaut mal. Also das ist ganz toll, Leute. Was wir hier ganz klar und deutlich sehen können und sagen werden, ist, wie sind die Gefühle für dich? Die Gefühle sind da. Die Liebe ist da, ja. Es wird hier auch einen Fortschritt geben. Ja, Gänseblümchen-Schrittchen. Leute, wenn ihr hier in einer Dreiecksbeziehung seid, in einer geheimen Affäre, wenn es hier darum geht, zu eurem Ex zurückzukommen, ja. Wenn du in einer Partnerschaft bist, wo du einfach siehst, es kommt nicht weiter. Warum ist dieser Rückzug? Warum ist dieser Stillstand? Weil dieser Mensch, um den es hier geht, in einem ganz riesengroßen Konflikt ist. Hier geht es nicht nur um einen spirituellen Wachstum oder nicht nur um ein Persönlichkeitswachstum. Nein, hier geht es darum, dass der Mensch ganz tief viele Geheimnisse in sich trinkt, ja. Geheimnisse heißt nicht unbedingt Lügen, dass er dir etwas verschweigt, sondern Geheimnisse können sein, aufgrund der rationalen Seite hier, dass Gefühle nicht frei geäußert werden, dass die fehlende Willenstärke nicht da ist, dass der fehlende Mut einfach so sich breit macht, dass die Angst, die Schattenseiten, ja, dieses Toxische, dieses negative Denken so groß ist, dass eigentlich diese Liebe und Gefühle, diese Kommunikation, die hergestellt werden sollte, momentan auf Eis gelegt ist. Warum? Weil dieser Mensch gerade in einem ganz schweren Loch hängt, ja. Ob er oder sie es dir sagt oder nicht. Hier geht es um Überforderung und Erschöpfung, um versuchen, erstmal sein Leben zu stabilisieren. Hier geht es auch um Sachen der Vergangenheit aufzuarbeiten. Leute, dieser Mensch, um den es hier geht, der steckt in einem ganz tiefen Konflikt. Der Mensch hat ganz große emotionale Probleme, ja. Wir haben hier mit Menschen zu tun, die depressiv sind. Ob ihr es bewusst merkt oder nicht bewusst merkt, ja. Das Schöne hier an der ganzen Sache ist, dass die Liebe da ist. Der Imperator geht zu ihrer, seiner Imperatorin. Schaut mal. Aber was haben wir hier? Ihr blickt in verschiedenen Richtungen. Wenn wir das jetzt so machen würden, würden wir sagen, yes, ihr zieht an einem Strang. Für viele ist das so. Für viele ist es einfach nur eine kleine Blockade, die momentan herrscht und gut ist. Aber für viele von euch ist es so, dass ihr im Moment in anderen Richtungen blickt. Warum? Weil der Mensch, um den es hier geht, ja, ganz tiefe Konflikte in sich trägt. Ganz, ganz tiefe. Er möchte diesen Schritt auf dich zugehen. Oder sie. Definitiv. Aber der Mensch weiß, dass es hier erstmal darum geht, Ordnung in sein Gefühlsleben zu bringen. Ordnung in sein externes Leben zu bringen, ja. Sich wieder auf die Sachen zu fokussieren, die wichtig sind. Seine Finanzen, seine Gesundheit vor allen Dingen. Leute, egal ob du Mann oder Frau bist, dieser Mensch muss sich hier erholen. Der Mensch leidet unter Abgrund tiefer Depression, Abgeschlagenheit, Selbstwertgefühl, was vermindert ist, ja. Der Schmerz der Vergangenheit. Wir haben hier Menschen, die sich gerade am Trennen sind. Das heißt, wenn du hier dich in einen Menschen verliebt hast oder mit einer Bindung mit einem Menschen aufgenommen hast, der sich gerade am Trennen ist, gib dem Menschen die Zeit, sich zu lösen. Dieser Mensch wird auf dich zukommen, ja. Aber es wird was dauern. Die Person braucht erstmal ein bisschen Luft und ein bisschen Ruhe. Gib demjenigen die Zeit. Okay, warum? Weil es gibt hier viel zu klären. Schaut mal, ich habe die doppelte Sonne. Leute, ihr braucht euch keine Paares zu schieben. Doppelte Sonne, doppeltes Glück, Befreiung, Erlösung, Fortschritte, das Comeback der Liebe wird sich definitiv geben. Egal in welcher Situation ihr seid, egal wie lange es dauert, egal wie oft ihr euch distanziert, dieser Mensch wird sich definitiv für dich entscheiden. Erst und dann und wann, wenn dieser Mensch, ja, den Mut hat, wenn dieser Mensch sich komplett energetisch gelöst hat von einer anderen Beziehung, wenn dieser Mensch seinen spirituellen und persönlichen Reifeprozess abgeschlossen hat, weil hier gibt es Leidenschaft, hier gibt es Passion, hier gibt es sexuelle Begierde, ja, hier gibt es Versöhnung. Für die einen oder anderen gibt es hier auch eine Schwangerschaft, okay? Vielleicht bist du von diesem Menschen schwanger und ihr habt euch trotzdem getrennt. Was auch immer, ihr seid hier die Wunscherfüllung des anderen, aber es fehlt hier an Kommunikation, es fehlt hier an Willensstärke, es fehlt hier ein bisschen an Bereitschaft, es fehlt hier an Kraft, die Vergangenheit loszulassen. Leute, macht euch keinen Kopf, ja? Was solltest du hier machen in der Situation? Du solltest ruhig bleiben, du solltest gelassen bleiben, du solltest dein Leben leben, du solltest Verständnis für diesen Menschen haben, egal wie wütend du bist. Lasse keine negative Energie zu, ja? Weil der Mensch sieht dich wie deine Göttin, wie ein Gott. Guck mal, ja, der Engel der Zeit. Was habe ich dir gerade noch gesagt? Leute, ich habe dir gerade noch gesagt, ihr sollt in die Geduld gehen und den Menschen Zeit lassen. Und das ist so. Du solltest sorgfältig mit der Zeit umgehen. Ja, Zeit ist kostbar. Werde dir bewusst, wie wichtig es ist, den Moment zu genießen, den Augenblick zu genießen. Es ist wichtig, dass du in der Zeit, wo der Mensch braucht, um den Weg auf dich zurückzufinden oder zu dir zu finden, ja, dass du diese Zeit nutzt und lebst, um dich selber zu finden, um mit Freunden Spaß zu haben, um in der Familie Spaß zu haben, egal worum es geht. Gebe dem Menschen diesen Respekt, den er braucht, um sich frei zu fühlen und aus diesen ganzen Ballasten rauszukommen. Der Mensch liebt dich abgrundtief, aber schaut mal, das sind die Gefühle deines Gegenübers für dich und das ist das, was der Mensch gerade durchmacht. Egal in welcher Situation, du musst in der Empathie bleiben, in dem Verständnis bleiben. Je ruhiger du bist, je eher du dein Leben lebst, je eher du loslässt, nicht Liebe loslassen, sondern die Abhängigkeit, die emotionale Abhängigkeit, 24 Stunden an diesen Menschen zu denken. Je eher du es schaffst, ja, das abzulegen, umso eher kommt dieser Mensch auf dich zu und auf dich zurück. Warum? Weil ihr beide füreinander bestimmt seid. Diese Liebe wird definitiv nochmal triumphieren. Diese Liebe wird sich definitiv geben, egal ob du in der Nähe wohnst, egal ob es eine Fernbeziehung ist, egal ob dritte Personen mit im Spiel sind, egal was sich ist, was zwischen euch steht. Diese Liebe wird sich definitiv nochmal geben, auf irgendeine Art und Weise, ja. Wichtig ist einfach nur, dass du in der Ruhe bleibst, dass du in deiner Geduld bleibst, dass du weißt, dass es hier wirklich mit ganz viel Ballast zu tun hat. Hab ein bisschen Verständnis, gib dem Menschen Freiheit zum Atmen, gib dem Menschen Zeit, seine Wunden zu lecken. Solange wie eine Wunde noch tropft und blutet, ja, tropf sie immer auf dem Gegenüber, auf dem Nächsten. Das heißt, lass den Menschen erstmal zur Ruhe kommen. Er oder sie wird sich definitiv bei dir melden und wird definitiv den Schritt auf dich zugehen. Dankeschön. Option Nummer 1, das hat ja schon mal sehr gut angefangen. Ich finde das ganz toll. Warum? Weil, wisst ihr, es ist ganz egal, in welcher Beziehung ihr euch gerade befindet. Es ist wirklich ganz egal, wie schwer die Zeiten momentan sind. Wenn ihr diesen Menschen wirklich liebt, müsst ihr diesen Menschen auch die Zeit geben, zu reifen und zu wachsen. Alles hat immer einen Grund. Ich weiß, dass euch die Zeit manchmal nicht schnell genug geht, Leute. Das verstehe ich auch völlig. Aber man darf nichts erzwingen. Alles kommt genau so, wie es kommen muss. So, wir schauen mal. Option Nummer 2, das Herz. Wie sind die Gefühle deines Gegenübers? Warum dieses Stillschweigen? Was ist da gerade los? Was hat der Mensch? Warum zieht er dich so zurück? Warum öffnet er sich nicht? Warum meldet er oder sie sich nicht bei dir? Wir schauen mal. Guckt mal. Das ist ganz krass. Im Monat Oktober werden wir ganz viele Menschen haben, die wirklich durch diese ganzen Krisen gehen müssen. Emotional. Warum? Ihr wisst alle, dass wir diverse Portal-Tage haben, die uns energetisch auch wirklich die Kraft kosten. Manche von euch, die mit einem Partner zusammen sind oder wo beide sehr hochsensibel sind, sehr spirituell sind, erlebt ihr auf irgendeine Art und Weise einen energetischen Schub oder eine energetische Entladung. Was heißt das? Wir haben es hier mit einer Person zu tun, die sehr spirituell ist, die sehr barmherzig ist, die sehr bodenständig ist. Eine Person, die gerne ihr Leben verändern möchte. Ein Mensch, der eine hohe Position hat. Ein sehr autoritärer Mensch. Ein sehr charismatischer Mensch. Ein Mensch, der eine reine Seele hat, aber zugleich auch sehr dominant sein kann. Hier geht es wirklich um Selbstbeherrschung. Hier geht es um Veränderung. Warum ist der Mensch momentan distanziert? Weil dieser Mensch Probleme aus der Vergangenheit löst, momentan ein aktuelles Problem am Lösen ist, sei es finanzieller Hinsicht, sei es Gesundheit, Familie, was auch immer. Dieser Mensch ist gerade dabei, einen Umzug zu machen, eine Reise zu begeben. Es kann sein, dass dieser Mensch aus dem Ausland kommt, um den Weg zu dir zu suchen, aber er braucht noch ein bisschen Zeit. Es kann auch sein, dass dieser Mensch gerade einfach ausgewandert ist oder weggezogen ist oder wie auch immer. Ich habe hier eine Reise, eine Veränderung, intern und extern. Warum dieser Mensch sich jetzt gerade zurückgezogen hat, ist, weil es gerade Konflikte gibt oder wichtigere Dinge, Prioritäten muss dieser Mensch setzen und egal, wie groß die Liebe ist, weil ich habe sie hier, braucht dieser Mensch ein bisschen Luft, um hier erstmal Sachen zu legen. Guck mal hier, was ich gesagt habe. Dieser Mensch hat die Priorität nicht auf der Liebe, sondern dieser Mensch hat die Priorität in Finanzen, Arbeit, Familie, Gesundheit. Okay? Was heißt das für dich? Das heißt, dass diese Person gerade vor einer Entscheidung steht, sich wieder mit sich selbst in Verbindung zu setzen, Selbstvertrauen zu gewinnen, seine Ideen umzusetzen, sich zu entwickeln, in die Sicherheit zu gehen. Warum hat dieser Mensch sich zurückgezogen? In erster Linie, um einen Ausweg zu finden, um den Weg zu ebnen für eine gemeinsame Zukunft, falls derjenige sich für sich entscheidet oder falls derjenige sich für dich entscheidet oder falls du dich für diesenjenigen entscheidest. Ich habe hier Paare, die sich entscheiden werden, sich zu trennen, ihren eigenen Weg erstmal zu gehen. Auf der anderen Seite habe ich hier ganz tolle Paare, die wirklich entscheiden werden, zusammen zu bleiben und diesen Konflikt erstmal anzunehmen. Warum? Weil ihr beide vor einer Kreuzung steht und ihr beide eine Entscheidung treffen müsst. Schaut mal. Ihr beide seid emotional überladen. Ihr beide habt Schmerzen aus der Vergangenheit. Ihr beide habt auch Schmerzen und Enttäuschungen aus dieser Partnerschaft, aus dieser Konstellation, die ihr hattet. Ihr habt beide erstmal ein Päckchen zu tragen, was verarbeitet werden muss. Sowohl du als auch die Person, um die es hier geht. Okay? Also letztendlich in Option Nummer 2 geht es darum, seine Ziele erstmal zu verwirklichen, seinen internen Prozess erstmal zu reinigen, realistisch die Sachen anzugehen und zu sagen, okay, hier gibt es eine Zukunft oder hier gibt es keine Zukunft. Ist es einfach nur eine sexuelle Affäre, weil wir beide Spaß am Sex haben oder ist es wirklich, weil wir hier eine gemeinsame Zukunft aufbauen wollen? Es geht sich darum, dass du hier genauso wie dieser Mensch in dich kehren sollst, klare Verhältnisse machen sollst, genau zu wissen, was ist dein Wert, was willst du real, okay, um dann wirklich Ordnung in dein Leben zu bringen, weil ich sehe hier klar und deutlich, beide wollt ihr euer Wohlbefinden. Beide wollt ihr euch wirklich eine reine Beziehung, eine reine Liebe schenken oder reinen Sex. Aber hier geht es darum, um eine Entscheidung zu treffen. Beide seid ihr euch noch ein bisschen unsicher und solange wie ihr euch beide unsicher seid und hier dritte Personen Einfluss auf diese Beziehung haben, weil ich sehe hier Einfluss, entweder ist es hier eine weitere Frau, eine dritte Person, die sich einmücht, sowohl Mann als auch Frau, weil derjenige in einer festen Partnerschaft ist, weil du noch in einer festen Partnerschaft bist, weil ihr energetisch irgendwie noch beide gebunden seid, weil du vielleicht auch gerade die Person bist, die in einem Umbruch ist, intern oder extern, weil du vielleicht diejenige bist oder derjenige bist, der vielleicht doch umzieht und außerhalb ein neues Leben sich aufbaut und du nicht weißt, ob du diesem Menschen eine Chance geben sollt oder nicht. Ich habe hier von beiden Seiten, Leute, ja, die Unentschlossenheit, die Entscheidungskraft, den Rückzug, trotzdem wieder diesem Fortschritt aufeinander zuzugehen. Leute, ihr habt hier wirklich eine Zufriedenheit, wenn ihr die richtige Entscheidung trefft. Hier geht es aber auch um Geheimnisse. Es geht hier um in die Ruhe zu kommen. Es geht hier darum, um die Erfahrung der Vergangenheit, ja, in die Tat umzusetzen und daraus zu lernen. Hier geht es um fehlende Kommunikation. Ihr redet, aber ihr redet nicht offen. Ihr steht hier an einer Kreuzung, wo ihr beide eine Entscheidung treffen müsst. In Option Nummer zwei haben wir nicht nur den Rückzug deines Gegenübers auf Gefühlsebene, auf körperlicher Ebene, wie auch immer, weil ich habe hier Sex, Leute, für die einen oder anderen gibt es Sex. Einige sind auch schon schwanger geworden, andere werden sogar noch schwanger von diesem Menschen, ja. Nichtsdestotrotz redet ihr nicht offen und ehrlich über eure Gefühle. Ihr steht beide an der gleichen Kreuzung. Schaut mal, geht in die Gebete rein. Ich habe euch vorhin noch gesagt, wir haben hier sehr spirituelle Menschen und so ist das. Wir haben hier Menschen unter euch, die eine sehr gute Intuition haben. Du spürst, was der andere spürt, dein Gegenüber spürt, was du spürst. Wir haben hier Menschen, die nicht nur intuitiv sind, sondern die sehr visuell sind, die auch hier in meinem Kanal sind, weil sie selber Karten legen, weil sie Mediums sind, weil sie mediale Fähigkeiten haben, weil sie Jenseits Kontakte schließen können, weil hier ein Mensch ist, der auch sich mit dem Jenseits in Kontakt setzt. Das heißt, mit Gott, mit den Engeln, mit seinen Vorfahren, mit geliebten Menschen, Seelen schon eben auf einer anderen Ebene. Hier geht es darum, wenn ihr in Option Nummer 2 mit diesem Menschen eine gemeinsame Partnerschaft eingehen möchtet, ja, oder euch unsicher seid, kehrt in euch, hört auf eure Intuition, versucht euch zu harmonisieren, okay, versucht euren Blickwinkel ein bisschen zu ändern. Gebt dem Menschen auch die Zeit und die Ruhe und dir auch selber die Zeit, um die Ruhe in sich zu kehren, ja, und eine Entscheidung zu treffen. Bleib immer freundlich, empathisch zu dir selber, schaue über den Tellerrand hinauf, sehe nicht die Liebe als einen Kampf an, nein, die Liebe ist wunderschön, die Liebe ist voller bunter Farben, die Liebe ist ein Fächer voller Emotionen. Leute, Höhen und Tiefen machen wir alle in der Liebe durch, ihr dürft die Liebe nie als Kampf ansehen, Leute, niemals, die Liebe ist kein Kampf, die Liebe ist ein Geschenk, ja, und als Geschenk solltest du dieses auch ansehen. Warum zieht der Mensch dich zurück? Weil du den gleichen emotionalen Rückzug angetreten hast, wie er oder sie auch. Bewusst oder unbewusst, ja, schaut mal, der Engel der Schönheit möchte dir heute sagen, richte dein Bewusstsein auf die Schönheit in dir, was ich dir vorhin gesagt habe, okay? Du bist ein liebenswerter Mensch, du hast liebenswerte Eigenschaften, Freundlichkeit, schaut mal, ich habe das hier in doppelter Ausführung, die Freundlichkeit, die Empathie, die Harmonie, ja, je ruhiger du bist, je gelassener du bist, umso eher kommt dieser Mensch wieder zu dir zurück, zu dir zurück. Warum? Weil du ihm Freiheiten lässt, sich zu entwickeln, sich zu entfalten und sich klar zu werden, weil ihr beide hier eine Entscheidung treffen müsst, okay? Deine Hilfsbereitschaft, deine Fähigkeiten, du selbst zu sein, ja, je mehr du auf dich achtest, je mehr du wächst, je mehr du loslässt, je mehr du deine innere Schönheit bewusst wahrnimmst und auf andere Menschen ausstrahlst, werde dir die Fähigkeit zu Teil werden von Gott, von den Engeln, von Universum, dich bewusst mit den Menschen und den Dingen umzuumgeben, die dich positiv beeinflussen und die deine Eigenschaften stärken. Schaut mal, wie wunderschön, ja? Was heißt das für dich? Das heißt für dich einfach nur, an der gleichen Kreuzung, wie du auch stehst, steht dein Gegenüber, ja? Hier geht es darum, wirklich in die Empathie zu gehen, in die Liebe zu gehen, dem Menschen Freiraum zu lassen. Hat diese Liebe hier eine Chance? Für einige ja, für andere nein. Es steht und fällt, wie ihr euch Freiraum einräumt, wie ihr die Entscheidungen trefft, wie ihr wirklich weitermachen möchtet, in dieser Dreiecksbeziehung, in dieser geheimen Affäre, in der Liebe generell. Wir haben hier Partnerschaften, ja? Die sich Kinder wünschen. Schaut mal, ob dieser Kinderwunsch einfach nicht sich vollende führt oder nicht gestattet wird oder wie auch immer. Ihr müsst hier Schmerzen loslassen, dein Gegenüber fühlt und weiß, dass er dich schlecht behandelt hat. Er weiß oder sie weiß, dass es dir nicht gut geht, ja? Er weiß, dass es hier eine Entscheidung zwingend nötig ist, aber aus welchen Gründen auch immer er es nicht kann, weil der Druck ist, weil die Priorität eine andere ist, weil du dich auch zurückgezogen habt, weil ihr beide emotional, energetisch, ja? spirituell so miteinander verkoppelt seid, dass ihr beide auf irgendeine Art und Weise wirklich Hilfe des Göttlichen sucht. Ihr sucht beide Hilfe, ihr sucht beide Unterstützung, ihr wollt beide eine friedliche Lösung. Es gibt hier für die einen oder anderen, wo es sich hier um eine Fernbeziehung handelt, passt es auf deine Situation an, es ist ganz egal. Wichtig ist, dass du dem Leben die Farbe gibst, die dich glücklich macht, dass du der Liebe die Chance gibst, die sie verdient, ja? Und dass ihr beide wirklich in eine Energie kommt und ihr beide wirklich das entscheidet, was für euch das Richtige ist. Ob ihr zusammenbleibt oder ob ihr euch trennt, das liegt ganz an euch. Die Liebe hat hier eine Chance für viele, ja, aber dafür müsst ihr alles richtig machen. Bleibt in der Geduld und wenn ihr seht, es geht gar nicht mehr, dann lasst los, lasst diesen Menschen ziehen, damit das Glück, was für dich vorherbestimmt ist, auch kommen kann, okay? Leute, ich danke euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr meinen Kanal liked. Drückt das Glöckchen, damit ihr über jede Benachrichtigung informiert werdet. Ihr wisst, ab dieser Woche Sonntag starten meine Live-Chat, okay? Ich werde auch bald die Verlosungen wieder ins Leben rufen, wie ich anfangs schon mal gemacht habe, dass der Abonnent XY meines Kanals dann wieder eine Gratislegung bekommt. Also mein Kanal ist echt im Umbruch. Wichtig ist, ihr wisst, hier ist echt die Authentigkeit wichtig, dass du authentisch bist, dass dein Gegenüber authentisch bist, genauso authentisch, wie ich jeden Tag bin, ja, und mir jeden Tag wirklich sage, es ist wichtig, dass die Leute mehr in die Empathie gehen. Es ist wichtig, dass die Leute wirklich in die Liebe gehen. Es ist wichtig, dass die Leute auch ins Loslassen gehen. Jedes Loslassen bewirkt einen Schmerz. Ja, richtig, aber nach diesem Schmerz, Leute, scheint immer wieder die Sonne. Ja, es kommt immer eine positive Veränderung, immer und dann, wenn ihr sie zulasst. Also bleibt in der Liebe, bleibt in der Freundlichkeit, bleibt in der Empathie und gebt dem Leben die Farbe, die euch glücklich macht. Okay? Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt wirklich Zeit für euch, schenkt euch gegenseitig Zeit und so wie ich euch jeden Tag Zeit meines Lebens schenke und passt auf euch auf und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.